Egal. So, ist auch noch nicht die Endlösung. So, dann buddeln wir uns weiter durch den Dreck. Damit wir dann ordentlich unser Feld machen können, habe ich nicht dabei. War ja klar, ich habe keinen Eimer dabei. Egal, können wir uns auch holen, haus es ja gleich direkt nebenan. So, dann kann man gleich noch ein paar sammeln. Ja, Schaufel baue ich auch neu. Also, muss ich eh nochmal rein. Da könnte ich auch gleich mal dran gewöhnen. Es wird mir auch oft passieren, dass ich mal vergesse, irgendwas mitzunehmen. Aber ich glaube, das kennt ihr auch schon von mir. Habe ich ja öfter dieses Problem. Aber das ist mir Wurst. Jeder macht schlank, sagt man ja so schön. Und da kann ich auch mal hier immer hinlaufen und mir sogar Zeug abholen. Den Fisch kann man gleich noch braten. Kochen, backen, wie auch immer. So, Steak. Und dann können wir uns auch gleich in der Workbench eine Schaufel. Und hier so eine Hau machen. Und hier unseren Eimer mitnehmen. Jo, jo, jo. Oh, wie die Wirkbench kann ich eigentlich gleich dann hier, wenn ich dann da das Feld habe, dann da lassen. Weil da könnte ich nämlich dann immer mal so was craften, wenn ich was brauche. Ich könnte auch ein kleines Häuschen hinbauen. So, als Lagerstätte. Hier oben auf den kleinen Hügel drauf. Das wäre doch eine Idee. So ein kleines Häuschen da. Jo, das mache ich demnächst auch. Aha. Aua. Und schon wieder das Bein gebrochen. Wie viele Beine habe ich denn, dass ich mir so viele Beine brechen kann? Sehr eigenartig. Uch. Ähm. Das war jetzt nicht gewollt. So. So. So, fangen wir hierher. Ne, hier fehlen noch zwei. Hier fehlen auch noch zwei. Gut, meine Tasse durchspackt gerade wieder ein bisschen rum. Könnte ich auch mal wieder neu gebrauchen, aber man sollte ja nichts überstürzen. So. Ja, wie gesagt, Minecraft ist ja so ein Spiel, wo man viel erzählen sollte, weil es uns langweilig wird. Bloß, mir fällt gerade nicht ein, was ich erzählen sollte, kann, wie auch immer, mir fällt nichts ein. Gerade im Moment weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich extrem dankbar bin, dass ich 100 Leute meine Videos gucken und dass ich das nie gedacht hätte. Wie schon so oft erwähne, wie schon so oft erwähne, es war echt nur eine Schnapsidee, das mal zu machen von einem Kumpel und mir. Also ich habe eben angefangen dann mit Uncharted so, weil ich gerade mal Lust so hatte und dann haben wir dann halt noch zusammen irgendwie LittleBigPlanet gemacht, weil wir gerade mal Bock zu hatten. So, so together mäßig. Ja, und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt. Dann angefangen mit Minecraft, dann ist da mehr draus geworden und dann hat sich das halt eben so ergeben, dass ich jetzt hier so viel mache. Dass ich jetzt so, keine Ahnung, über 100 Videos habe. So, das reicht eh nicht, egal. Hoch. Ja, und so dem mache ich das halt und es macht mir riesig Spaß, das zu machen. Und es ist nicht aus reiner Geldgier, weil ich ja noch nicht Geld dafür verdienen kann, weil ich ja ein Konto ab 18 brauche. Und das habe ich leider nicht. Und mein Vater will auch noch nicht so recht. Den muss ich davon auch nochmal überzeugen, mir das zu machen, weil es ja kein schlechtes Ding ist, wenn ich mir mal so mit Sachen, die ich hobbymäßig mache, wo ich eigentlich nur chille, mir Geld damit verdienen kann. So, ein bisschen zu meinem Taschengeld dazu. Ja, ganz easy. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Dann habe ich ja noch was wieder zum Werkzeug machen. So, ein paar Stiggis, Stäbe, heißen sie ja jetzt. So. Komm, jetzt hier mal schön alles platt machen, alles, ne, so schön Ernte fertig machen. Na gut, so, der geht bloß grad runter. Macht sich jetzt nicht so gut, aber egal. So, verdient es jetzt noch? Tja. Irgendwie spackt auch gerade meine linke Shift-Taste ein bisschen. Ich glaube, ich nehme doch wieder die alte Tastatur. Also, die Tastatur, die ich hervor hatte. Ja, nehme ich, weil diese Bewegung, die ich gerade mache, mache ich gar nicht. Die alte ist so laut. Finde ich. Ja. Puff, ist auch schon die, eine Hark kaputt. Aber dann legen wir uns auch gleich pennen, weil es wieder dunkel wird. Gucken wir mal, wie morgen uns die Felder aussehen. Also am nächsten Morgen dann, wenn es hell ist. Hoffentlich nicht so sehr kaputt. Und wenn, dann müssen wir halt eben hier noch ein paar Fackeln hinsetzen. Damit wir die bösen Monster nicht spawnen. Also spawnen sie ja immer noch, aber nicht so, hoffe ich ja nicht so extrem. So, ab geht's ins Bett. Ist schon spät. Unser Typ hier braucht auch seinen Schlaf. Ach ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe wieder den Skin von ganz von Anfang von Minecraft. Weil der alte mir doch nicht so gefallen hat und dieser komische Bounce Skin da ja auch nicht so der Hammer war. Deswegen habe ich jetzt wieder meinen alten Skin, der mir noch am besten gefällt. Hier meinen, äh, F5. Den Skin. Den finde ich einfach toll. Das ist mein Skin. Mein Lieblings Skin. So hat meine Minecraft-Karriere angefangen. Wenn man es Karriere nennen kann. Äh, ja, da. Kommt das Eisen rein. Ist schon ein Kobel. Jo. So. In der Entschattung werde ich ihn auch irgendwann machen. Ein Tipp war so, Stühle und, ähm, Tische. Ich werde natürlich auch machen. So ein bisschen Sitzgelegenheit, so eine Couch oder so. Damit es dann hier ein bisschen gemütlicher aussieht und nicht mehr so kahl wie, äh, wie am Anfang halt. So. Frühstück. Ähm, nee, da kann man mal den Fisch essen. Haha. Ach nee, hier ist nur Schweinefleisch. Stimmt ja. Packen wir hier mal das Schweinefleisch und das rein. Dann habe ich ihn noch mit, mit, äh, im Moment gerade. Huch. Fisch. Gekochter Fisch. Sag ich doch. Um, um, um. Aber irgendwie haben gerade alle Werkzeuge ein bisschen so einen Fail. Da muss die gute Honeyball mal ein bisschen überarbeiten. Das gefaut man nicht. Ah, ich wollte die Samen mitnehmen. Äh, äh. So. Da Samen und noch mehr Samen. Äh, man. Um schön die Tür zu machen. Tschüss Mutti. Ich komme bald wieder. Ich bestelle die Fäller. Hey, hey, hey. So. Und wie gesagt, wenn ich das gemacht habe, dann werde ich mal, hey, hey, in den Untergrund gehen. Ein bisschen Action haben, erfahren, machen, ein bisschen Action hier in Minecraft reinbringen. Vielleicht sogar einen Minenschacht finden, wo wir dann schön, vielleicht sogar Melonsan finden. Das wäre natürlich richtig nice. Gut, wir brauchen extrem viel Samen, um das hier zu bestellen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ach, geil. Mann. War ja wieder klar, wie das passiert. Ja, das mit dem Grade machen, mit den Dingens hier, mit dem Flügen, mache ich dann, wenn ich das brauche. Jetzt mache ich mich erstmal fertig für den Gang in die Tiefe. In die Tiefe. Gut, das mache ich jetzt auch mal weg. Das sieht scheiße aus. Hier genauso. Ja. Action, los, komm. So, was brauchen wir dafür alles? Workbench to go. Die nehmen wir dann von da unten mit. Ja, das können wir hier lassen, den Zaun. Wir nehmen Stickies mit dem Stack. So, das lassen wir auch. Obwohl, Rohholz könnte man auch mitnehmen. Das nehmen wir, das tauchen wir hier rein. Das natürlich auch, das brauchen wir nicht. So. Aber die Stickies können wir gleich noch mit rausnehmen. Da können wir nämlich ein bisschen noch was craften, was wir brauchen. Äh, das können wir auch hier lassen. Das Schwert, ja, das würde ich dann noch ein Eisenschwert mitnehmen. Einmal, da nehme ich auch mit, falls wir da Dingens finden. Womens, Dingens, Zeugs, Namens, ähm... Ne, genau, das. Da nehme ich noch einen Ofen to go mit. Falls wir das brauchen. So. Ne, ähm... Was nehme ich mit? Ich habe es vergessen. Egal. So. Achso, die Haken können wir auch hier lassen. Die brauchen wir auch nicht. So. Check. So, Eisen. Ein bisschen Kohle, so. Dann, um jetzt ein paar Fackeln zu machen. Mal hier die Fritzen. Machen die Fritzen oben drauf. Haben wir 65 und 9 Fackeln. Kommen wir wieder zurück. So. So, dann... Na, dann... Mach das mal kurz. Ich, äh, wechsle mal kurz die Playlist. Hoch, warum hab ich jetzt nochmal mein Kraft aufgemacht? Ja. Aus. Musik. Ähm, nein, nicht das. Minecraft. Abenteuer. Auswählen.